Was geht ab, ihr Nachtfüchse? Freunde, heute spielen wir The Baby Yellow in Gelb. In Gelb. Ich meine The Baby Yellow. Hey, nein. The Yellow Baby. So was. The Baby Yellow in Gelb. Okay, ja, das ist so ein bisschen Weihnachts-Edition gerade. Und hier chillt unser Baby. Also, ich hab ehrlich gesagt, ist schon echt lange her und ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Also, ich weiß so, irgendwo ganz spät, dann kommt ein Jumpscare. Aber sonst, ich weiß jetzt gerade nicht so, was ich machen muss. Was geht ab, Baby Boy? Baby Yellow in Gelb. Kann ich, was, dieses Symbol hier macht gar keinen Sinn. Dass ich so schnipsen kann, so. Baby platzieren. Okay, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Okay, das ist easy. Also, ich hab schon mal geschafft, das Spiel. Ich hab's komplett durchgespielt. So, hier ist Flaschi. Hopp. Und jetzt erstmal wieder Baby füttern. Freunde, falls ihr das Video nicht gesehen habt auf meinem Hauptkanal, umso besser und habt ihr jetzt mehr Spaß. Baby zum Wickeltisch bringen. Baby muss kacken. Also, Baby hat halt hier so Windel voll. Baby hat Windel voll. Wo ist der Wickeltisch? Aber dieses Baby sieht schon ein bisschen creepy aus. Hopp. So. Alles gut. Neue Windel holen. Wo ist Pampers? Irgendwo hier drin wahrscheinlich. Ach, hier ist Pampers. Okay, heiliger Pampers. Und Baby ist weg. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich trotzdem mich erschrecken werde, obwohl ich ungefähr weiß, was passiert. Okay. Bitte schön. Einmal wechseln. Baby ins Bett bringen. Baby ins Bett bringen. Meine Mission, Baby ins Bett bringen. Ich glaub, das Bett war hier. Kann das sein? Ja. Hier. Aufmachen. Und rein mit dir ins Bettchen. Mach mal heia heia. Onkel kommt später wieder. Licht ausmachen. Okay. Gute Nacht. Schlaf jetzt. Es ist spät. Schlaf. So. Gute Nacht, Baby. Schlaf gut. Jetzt soll ich auf dem... Das ist genau das, wovor ich bezahlt werden möchte. Einfach auf dem Sofa chillen, Fernsehen gucken. Ich hab genau dieselben Sachen, hab ich bei dem anderen Video auch gesagt. So. Meine Einstellung hat sich auch nicht geändert. Da ist eine Katze auf dem Fernseher. Ist sie neu? Baby. Ich komme. Aber wo chillt das Baby? Das... Hört sich so an, als würde es von hier kommen. Nee. Ist das Baby oben? Baby, ich komm. Mach dir keine Sorgen, Baby. Onkel Kio ist gleich da. Tür ist einfach aufgegangen. Hallihallo. Ist... Wo bist du? Wo bist du? Fliegt das hier irgendwo rum? Na ja, Leute. Wo ist das Baby jetzt? Abgesperrt. Das ist später auch abgesperrt. Okay. Hier. Chillst du einfach auf dem Boden? Komm her. Kio kümmert sich um dich. Komm. Ab ins Bett mit dir. Es ist spät. Warum bist du überhaupt noch wach? Warum bist du aus deinem Bett gekrabbelt? Hattest du Albträume? Rein mit dir. Hopp. Tschüss. Licht ausmachen wieder. Okay. Alles gut. Tür schließen. Gerne. Alles easy. Bis jetzt, Leute. Easy Game. Keine Gegner. Alles entspannt. Wieder auf dem Sofa chillen. Gerne. Okay. The baby yellow in gelb. The baby yellow in gelb. Hashtag the baby yellow in gelb. Nacht zwei. Das Kind lacht. Guck, guck. Ist das nicht lustig? Der Sitter. Ich hab doch gesagt, lass das. Okay. Let's go. Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Okay. Give me this. Give me this masterpiece of Flasche. Licht ausmachen. Welches Licht? Warum ist hier die Tür zugegangen? Ich... Die Tür ist einfach abgeschlossen. Die Tür ist einfach... Okay. Könntest du mich bitte wieder rauslassen, baby? Da bist du. Komm her. Guck nicht so aggressiv. Guckst verwundert. Guck schon. Süß. So ein bisschen süß. So. Alles gut? Zum Wickeltisch. Ich find's so lustig. Immer nachdem Baby was gefuttert hat, direkt... Direkt Kacke am Start. Aber direkt. Ciao. Neue Windel holen. Hier. Windel fliegt! Die Windel fliegt einfach ins nächste Stockwerk. Ich glaub, das war ein... War das... War das... War das immer so? Baby... Windel fliegt hier... Ich find's halt so lustig, dass... Das Spiel macht, was es will. Es ist einfach egal. Es ist die Windel fliegt. Zweiter Stock. Windel möchte... Also Spiel möchte so. Ist okay. Wo ist das Baby jetzt hin? Nicht mehr hier wahrscheinlich doch. Komm her. Windel fliegt mal kurz. So. Muss ins Bett, Baby. Da war was. Da war was. Hm. Komm, ab ins Bett mit dir. Aber nicht in dieses Bett. Ich kann... Bom! Bom! Ich kann das Baby auch so gegen die Wand schlagen, glaub ich. Wollen wir nicht. Müssen wir nicht machen. So. Licht ausmachen. Gerne. Tür schließen. Wie oft denn noch? Okay. Chill. Da steht wirklich chill. Da steht chill mal. Nicht... Hä? Wieso steht da einfach chill mal mit so einem Smiley? Das ist doch schon ein bisschen komisch. Ich glaube, ich schlafe jetzt ein. Ja. So. Der Sitter. Gute Nacht, süße Träume. Das Kind. Ich werde dir meine Träume zeigen. Oh oh. Wovon träumt das Baby nachts? Das erfahren wir jetzt. Also, ich soll wieder Fernsehen gucken? Gerne. Okay. Baby muss beruhigt werden. Kyo kümmert sich um dich, Baby. Baby muss beruhigt werden. Bin doch schon da. Ja, Baby. Was ist denn los? Tschüss. Leute, schreibt in die Kommentare, wäre ich ein guter Babysitter. So. Tschüss. Etwas zu essen suchen. Vielleicht ein Käsetoast. Warum? Bruder, was ist denn hier los? Fütter mich. Das bin ich, wenn ich Hunger habe. Ach, dieser endlose Kühlschrank. An den kann ich mich erinnern. Dieser endlose Kühlschrank. Der... Der... Nein! Lass mich raus! Gib mir die Flasche wieder! Und lass mich raus! Baby! Das ist ungezogen von dir. Wo bin ich? Das ist neu. Baby, füttern, du Monster. Ja, aber wie? Okay, das ist neu. Ich glaube, das ist neu. Also, das... Das kenne ich so nicht. Das ist alles neu. Ja. Ja, muss ich hier durch, oder was? Ich würde das Baby doch gern füttern, aber ich kann nirgends durch öffnen. Komm her, Baby. Guck doch nicht so böse. Willst du es nicht? Hör auf mich so böse an zu gucken. Man... Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Wieder kacken. Komm. Nicht ducken. Kacken. Komm her. Hat mich einfach angefurzt. Das ist deine Spezialfähigkeit. Mich anfurzen, gell? Ja, ja. Sie, Mami, guck. Hier. Neue Windel holen. Okay. Windel incoming. WUH! Das hätte ich wissen sollen. Das hätte ich wissen sollen. Okay, ich muss Tadelsmann holen. Das war beim ersten Mal auch so. Okay. Wo ist das Baby? Dieses heilige Mutter-Theresa-Baby. Erstmal Ritual durchführen hier. Satanismus. Exorzismus. Exorzismus. Exorz... Exorzieren. Hier. Bam. Mein Gott. Stimmt. Das Baby kick. Ich kick das Baby einfach weg. Baby ins Bett bringen. Aber so packen wahrscheinlich ins Bett bringen. Komm her. Komm her, Kind. Ich kümmere mich um dich. Nein, du musst doch nicht gucken. Ich kümmere mich doch gut um dich. Ich habe irgendein schlechtes Gewissen. Oh Gott, dieses blöde Viech. Oh Gott. Baby rastet komplett aus. Baby macht so einen Knoten. Sidewalk. Michael Jackson ins Zimmer zurück. Gott, ich kann mich nicht bewegen. Achso, hier ist die Steuerung. Oh. Was soll ich machen? Baby beruhigen. Wie soll ich das Baby beruhigen? Das Ding ist ein Dämon. Das ist verflucht. Ich soll Baby beruhigen. Ja, jetzt fliegt das weg. Ja, so endet Kapitel 1. Ich weiß nicht, ob es weitergeht, aber es sollte weitergehen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Dieses Baby. Beruhige das Baby. Das Baby fliegt durch die Gegend. Was soll ich da beruhigen? Oh Gott. Fluchtfrei geschaltet. Okay, ich glaube, also ich bin jetzt raus und dieser Flur ist neu. Also man kann normalerweise nicht in den Flur und jetzt bin ich in diesem Flur. Auf jeden Fall Baby chillt noch im Zimmer und ich laufe jetzt einfach mal random durch diesen Flur und gucke mal, ob ich da so weiterkomme. Weil es ist Kapitel 2 am Start. Vielleicht muss ich ins nächste Stockwerk. Ja, hier ist es schon auch zu. Soll ich das Baby mitnehmen eigentlich oder nicht? Ich nehme es nicht mit. Was soll ich es mitnehmen? Ich nehme es nicht mit. Okay. Ich finde es cool, dass die sich richtig Mühe gemacht haben, so ein Treppenhaus einzubauen. Yeah. Yeah. Es geht los. Irgendwas hat geknallt in meiner Wohnung. Okay. Okay. Oh, jetzt habe ich Bock, Leute. Ey, jetzt ist ein komplett neues Spiel für mich. Jetzt bin ich drin. Open the door. Open the door. Wuhu. Oh. Oh shit. Aufzug. Cringe. 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 Hey, das ist eine coole Wohnung hier. Ich komme schon. Ich habe echt. Das war auch echt Spaß, muss ich sagen. Komm her, Bruder. Warte auf mich. Komm her, mein kleines Süßes Kiech. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Wo hast du dich versteckt, Baby? Wo hast du dich versteckt, Baby? Baby. Teleportations-Baby. Ich möchte das Baby einen Namen geben. Ich will einfach nicht gelbes Baby. Ich will es einen Namen geben. Schreibt mir in die Kommentare, wie wir das Baby in Zukunft nennen sollen. Top-Comment gewinnt. Bitteschön. Jetzt, wie viel denn noch? Oder muss ich jetzt wirklich versuchen, das zu fangen? Was ist das? Kann ich das Ding werfen? So, so. Nee. Aber ich kann es hier reinschieben. Mag der mich auch. Okay. Platte abspielen. Ja. Klassische Musik. Yeah. Was ist hier? Ich habe Hunger. Wisst ihr was? Vielleicht kann man das Baby so locken, wie so ein Hund. Komm mal her. Guck. Guck mal her. Wo bist denn du? Wohnung durchsuchen. Baby ist, äh, ist fehlgeschlagen. Ah, okay. Babyfang ist fehlgeschlagen. Jetzt kann ich zumindest die Wohnung durchsuchen. Okay, warum nicht? Ja. Hier. Hä? Wieso tut das nicht drauf? Was ist denn das? Ach so, das gehört nicht dazu? Nee, das gehört, glaube ich, nicht dazu. Lassen wir ihn mal hier liegen. Wo sind die anderen Papierfetzen? Wenn hier noch welche sind. Papierfetzen. Puck, 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 puck. Wo seid ihr? Hier ist noch eins. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Okay. Was passiert jetzt? Ah, jetzt soll ich Klavier spielen? Das kann ich gut. Oh. Wir haben das Baby. Wir haben die Aufmerksamkeit vom Baby. Was steht denn da? The Kings. The Baby. Oh nein, Baby, warte. Ah, der ist nämlich geprankt. Ist das ein Schalter? Wo ist ein Schalter? Ach, hier ist ein Schalter. Geheimen Schalter drücken. Bam. Da kommt einfach so ein Ding, so ein Geheimgang. Ach, deswegen kam er in die Hocke. Weil bei diesem ersten Kapitel war diese Hocke unnötig. Also, das Spiel hat doch eine richtige Story. Sieh mal eine an. Oh, Ritual. Ich brauche wahrscheinlich... Diese Platte soll ich mir anhören? Okay. Jetzt kommen richtig satanische Botschaften. Ich sehe schon. Und dann mache ich Video auf Hauptkanal über dieses Spiel. Freunde, welchen Kanal mögt ihr mehr? Den Kanal oder den anderen Kanal von mir? Welchen Kanal mögt ihr mehr? Okay. Sagt beide Scheiße. Beide Scheiße. Schlüssel nehmen und Tür aufschließen. Gibst du mir bitte... Du bist ein ungezogenes Baby. Schlüssel nehmen und Tür. Aber welche Tür? Welche Tür denn, Freunde? War das... War da noch eine Tür? Dieser geheime Durchgang? Ich mag das nicht, dass die meine Zeit verschwenden, indem die so unkonkret sind. Ah. Ja, okay. Darauf hätte ich auch kommen können. Sollte vorzugsweise funktionieren. Ja, okay. Soll ich jetzt Aufzug fahren wieder? Komm her. Dieses billige... Ach, heute ist ein schöner Tag. Uff machen. Uff, uff, aufmachen. Hier ist Strom... Stromgenerator... Raum. Seht ihr? Hab ich doch gesagt. Sicherung nehmen. Wo schiebe ich die... Wo schiebe ich die denn rein jetzt? Hopp. Allein hier kommt wahrscheinlich Pink rein. Hopp. So. The Baby Yellow in Pink. Aber wo sind die pinken Dinger? Wahrscheinlich hier drin. Ja, das war ein... Erster Versuch einfach. Leute, das ist... Das nennt sich Intuition. Das liegt an meinen Haaren. Okay, hier ist irgendwie noch... Taggrün. Und blau hat... Blau haben wir hier. Nehmen wir noch ein paar Dinger. Sicherung noch. Sicher ist sicher, ne? Wo ist Baby? Jetzt ist das wieder raus. Baby hat mich ge... Baby hat mich ge... Gibst du mir das wieder? Baby hat mich geprankt. Oder wirft es... Ich dachte, das wirst du gegen meinen Kopf. Aber es ist einfach explodiert. Egal, ich hab hier noch mehr. Du kannst mich... Du kannst mich nicht ärgern, Baby. Ich hab davon noch 20.000 Stück. Ja. Jetzt hat es bestimmt das Blaue... Hat es nur das Blaue geklaut? Hat einfach das Blaue geklaut? Leute, ich mag das nicht, dass das Baby mir auf der Nase herumtanzt. Jetzt hat es das Pickel geklaut. Baby am Klauen hindern. Ja, aber wie? Kommst du her. Also, du bleibst jetzt genau... Hier. Damit ich dich im Blick hab, wenn ich das Ding reinschiebe. Du bleibst hier. Nein! Mann! Weißt du was? Ich steck dich da rein jetzt. Ja, toll. Wie soll ich das Baby am Klauen hindern? Wie? Stell dir hin. Halt dein Maul! Gib her! Okay. Weißt du was? Raus mit dir. Kannst du nicht? Ja, aber wie soll ich das... Ah, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee. Ich steck das Baby einfach da rein. Oh, komm her. Ich steck das Baby in den Schrank von Johnson. Ne, von Smith. Hier. Du bleibst jetzt hier. Jemand macht die Tür zu... Okay, vielleicht klappt das. So. So. Was war... Was fehlt? Blau fehlt. Baby ist frech! Ich hab das Gefühl, das klappt nicht. Ah ne, passt doch. Was fehlt denn? Das fehlt. Okay. Hier. Das fehlt. Okay. Mann! Ja, aber was soll ich denn mit dir machen, du Miststück? Entsperren. Och ne, nicht so Zahlencode-Dinger. Eins, zwei, drei, vier. Hat natürlich nicht geklappt. Okay, das heißt, irgendwo ist ein Zahlencode. Sei still, hier. Eins, vier. Äh, vier, drei. Ja, toll. Ist verschwommen. Wie soll ich denn Rest... Ja, toll. Ja, okay. Vier, drei, zwei, eins. Darauf könnte man... Also, wisst ihr, vielleicht kann man da so... Wisst ihr, was ich meine? So, vielleicht... Vier, drei, zwei... Aber es wäre fies, wenn das der Code ist, weil ich hab keinen Hinweis gehabt. Ne, es hat nicht geklappt. Och, gönnt doch mal ein bisschen. Das Spiel gönnt einfach nicht. Das Spiel gönnt nicht. Das Spiel gönnt nicht, dass man vorankommt. Was steht denn da jetzt? Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nicht nachgeguckt, wie der Zahlencode ist. Hey, das sollte ja sein. Ey, das sollte ja sein. Ich schwör's euch. Ich guck nochmal. Ah, nein. Ah. Okay. Wie war das? Sieben? Wirklich sieben? Ne. Ne. Vier, drei, eins, zwei. Okay. Vier. Also, ich hab's herausgefunden. Vier, drei. Seht ihr? Wow, ich bin gut. So, du kommst jetzt da rein, ob du willst oder nicht. Langsam hab ich die Faxen dicke mit dir. Tschüss. Oh Gott. Mach das Ding so abschließen. Abschließen. Woher immer das Baby jetzt ist. Eigentlich war das schon fies von mir. Und ich muss sagen, grad plagen mich Schuldgefühle. Wo war dieses Ding? Hier. Pink. Nein, du musst aufmachen. Und jetzt steck rein. Nein, du musst einschieben. Rein damit. Geschafft. Hoffentlich geht's wieder. Hoffentlich geht's jetzt. So, Aufzug. Ich muss zum Aufzug. Oh, Baby. Oh, Baby ist sauer. Bruder, rennen. Ich kann nicht raus, steht hier. Baby ist sauer. Baby ist richtig sauer. Ich wär auch sauer. Baby ist richtig sauer. So, wir haben wieder irgendwie so ne... so ne Tür, die abgeschlossen ist. Baby, wo ist der Schlüssel? Ich darf hier nicht raus. Hier auch nicht. Also ich kann nicht, mein ich. Soll ich wieder Aufzug fahren? Aufzug rufen. Wir versuchen's einfach mal. Oh, Baby macht richtig Beschwörung. Oh, Baby. What? 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 Oh Gott. Nein. Nein. Ich bin tot. Nein. Aber es ist abgeschlossen hinter mir. Oh mein Gott. Ich bin tot. Freunde, mein Akku ist fast leer. Ich mach jetzt Pause. Falls ihr wollt, dass ich weiterspiele. Dann einmal mit dem Kopf, so fest ihr könnt, den Like-Button einslappen. Wir sehen uns morgen wieder. Passt auf euch auf. Bis dann, meine verspielten Nachtfüchse. Freunde, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht.